Guten Abend und herzlich Willkommen zum Sternensucher-Podcast. Deine Gute-Nacht-Geschichten für schöne Gedanken zum Abend. Nach einer kleinen stimmlich bedingten Pause geht es nun weiter mit Folge 51. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf das Sternensucher-Gewinnspiel aufmerksam machen. Gewinne eins von fünf limitierten Sternensucher-T-Shirts. Male dazu einfach ein Bild deiner Lieblingsszene aus 50 Folgen Sternensucher-Podcast und sende mir das Bild und gewinne eins von fünf Sternensucher-T-Shirts. Weitere Informationen dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit Folge 51. Was ist Erfahrung? Erik und Timo reiten durch das Tal auf einen großen Berg zu. Und dann kommen die Freunde an eine Weggabelung. Auf einem Wegpfeiler stehen merkwürdige Symbole auf Pferdisch. Dieses Zeichen habe ich schon mal gesehen. Es stand auch vorn auf der Steintafel. Ist das nicht der Königsberg? Er ist es. Aber wir müssen da entlang. Timo schwenkt herum und trabt in die andere Richtung. Hey, wir müssen doch auf den Königsberg. Was machst du? Der kleine Erik tritt Timo mit den Füßen. Bleib stehen, Timo. Es geht doch da lang. Doch Timo scheint taube Ohren zu haben und trabt einfach weiter. Timo, stopp! Timo schlägt aus und wirft Erik vom Rücken. Der kleine Erik fliegt durch die Luft und landet, zum Glück weich in einem Laubhaufen. Erik sieht Timo an, als könnte er nicht verstehen, was gerade passiert ist. Du, du! Ja, ich habe dich abgeworfen und du musst noch eine Menge lernen. Aber wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Der Königsberg liegt da. Timo senkt den Kopf. Erik, manchmal ist es besser, auf ein lebenserfahrenes Pferd zu hören. Komm, wir müssen weiter. Erik betrachtet den Weg, streift sich den Dreck ab, klettert wieder auf Timos Rücken und die beiden traben weiter. Die Freunde traben und traben. Timo? Ja? Was meintest du, als du sagtest, ich muss noch eine Menge lernen? Timo denkt einen Moment nach und zieht dann zu Erik hoch. Erik, im Leben nehmen die Dinge ihren Lauf. Genau so, wie sie sollten. Schau! Timo deutet nach vorn dort, wo sich der Wald lichtet. Die beiden kommen an einen Hang und da unten liegt eine Stadt. Erik erkennt Pferdeställe, aber auch ganz normale Häuser. Und da am Hang läuft eine kleine Gruppe. Da ist eine größere, flauschige Figur und daneben mehrere kleine. Da, da sind sie. Meine Freunde, Timo, meine Freunde. Wie es weitergeht, hörst du in Folge 52. Und wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann danke ich dir, dass du den Sternensucher-Podcast abonnierst und in der nächsten Folge wieder dabei bist. Und jetzt eine gute Nacht. Dein Mario Mietig Jetzt angehen wir wieder mit Ihr Nummer. Vielen Dank.